Hi, heute geht es um das Thema Energiesparen beim Baden. Also beim Baden daheim in der Badewanne. Es ist so, Duschen ist viel viel sparsamer, wie eine Badewanne zu nehmen. Aber wenn man krank ist, man braucht einfach mal ein Erkältungsbad. Wenn die Kinder, also in der Badewanne, ist es sinnvoller. Jetzt, wie kann ich Energiesparen beim Baden? Das funktioniert so. Also zuerst noch kurz ein bisschen drumherum. 79 Milliarden Kilowattstunden Energie wird für die Warmwasserbereitung in Deutschland benötigt. 79 Milliarden, kaum vorzustellen. Und das ist natürlich auch ein großer CO2-Ausstoß. Vergleicht man das zum Beispiel mit dem Duschen und dem Baden? Beim Baden brauche ich so 140 Liter rum pro Badewanne. Und beim Duschen mit dem Energiespar, Duschkopf, 5 Minuten brauche ich so 30, 32 Liter. Also schon mal 100 Liter Unterschied an Energie. Jetzt, wenn man gebadet hat und das warme Wasser, das ist, also das warme Wasser ist immer noch warm. Anstatt einfach den Hahn aufzudrehen und das Wasser rauszulassen, ist es sinnvoller, nach dem Baden das Wasser drinnen zu lassen. Eine halbe Stunde, bis es von den 40 Grad auf die 20 Grad Raumtemperatur abkühlt hat. So lässt die Energie, bleibt dann im Raum oder beziehungsweise im Haus. Also nicht einfach nach dem Baden das Wasser rauslassen, Fenster aufmachen und Energie rauslassen, sondern die Energie wenigstens zum passiven Beheizen des Hauses nutzen. Vorteilhaft ist natürlich ein Lüftungszeit mit warmen Rückgewinnungen, aber es reicht wirklich schon. Einfach das Wasser eine halbe Stunde, Stunde noch drin lassen und dann erst aufdrehen und rauslassen. Überzeugt euch selber davon, es ist nicht viel Arbeit, aber ihr spart ein bisschen Energie und tut der Umwelt was Gutes. Also, falls euch das Video gefallen hat, gebt uns ein Like, abonniert den Kanal. Wir freuen uns auf viele Leute, die uns zuschauen. Bye, ciao.